Für die Freischaltung des Scan-to-E-Mail-Servers benötigen Sie einen installierten Brother-Treiber, ein betriebsbereites Gerät, die IP-Adresse des Gerätes, das Gerätekennwort und die SMTP-Zugangsdaten des E-Mail-Providers. Rufen Sie das Brother Solutions Center auf. Dort finden Sie Ihren benötigten Druckertreiber unter brother.de, Support, Treiber und Downloads. Im Solutions Center wählen Sie Ihr Gerätemodell und klicken auf die blau unterlegte Gerätebezeichnung oder betätigen die Enter-Taste. Daraufhin gelangen Sie in den Download-Bereich und klicken auf Downloads anzeigen. Im nächsten Fenster sollte das verwendete Betriebssystem bereits vorausgewählt sein. Falls nicht, treffen Sie Ihre Wahl und bestätigen Sie mit OK. Scrollen Sie nun zum Abschnitt Software und Tools und klicken Sie auf Alle Anzeigen. In der nun aufgeklappten Liste wählen Sie den Eintrag Internet-Fax-Installationstool. Nachdem Sie die EULA akzeptiert haben, startet der Download. Ist er erfolgreich abgeschlossen, navigieren Sie in den Download-Pfad und starten die heruntergeladene Exe-Datei BAL-Fax. Das Tool sucht nach angeschlossenen Geräten, die aktualisiert werden können. Achten Sie darauf, dass auf dem ausgewählten Gerät der Original-Brother-Treiber installiert sein muss. Klicken Sie auf Weiter und stimmen Sie der Speicherung von Seriennummer, Modellname und Firmware-Version auf einem Brother-Server zu. Die nachfolgende Information übergehen Sie mit Weiter. Nach Eingabe des Gerätekennworts gelangen Sie auf die Web-Oberfläche des Gerätes und die Freischaltung des Scan-to-E-Mail-Servers erfolgt. Um die Funktion nutzen zu können, müssen Sie den SMTP-Zugang Ihres E-Mail-Providers im Gerät hinterlegen. Navigieren Sie hierzu auf die Web-Oberfläche Ihres Gerätes und legitimieren sich durch Eingabe des Kennworts. Standardmäßig lautet es Init-Pass. Öffnen Sie den Reiter Netzwerk und den Menüpunkt Protokoll. Unter POP3 IMAP SMTP klicken Sie auf die erweiterte Einstellungen. Hinterlegen Sie die SMTP-Informationen Ihres Providers, die Serveradresse, den Port, den Namen des SMTP-Authentifizierungskontos und das Passwort sowie die E-Mail-Adresse des Gerätes. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem Button Senden. Die korrekte Funktion des E-Mail-Versands kann nun durch Eingabe einer E-Mail-Zieladresse getestet werden. Sind alle Eingaben korrekt, bekommen Sie eine entsprechende Rückmeldung. Die Funktion Scan-to-E-Mail-Server kann jetzt über das Gerätedisplay benutzt werden. Die Funktion Scan-to-E-Mail-Server